entscheiden. Wenn sie blöde Musik hören, dann weil sie blöde Musik wollen. Und wenn sie das glücklich macht, ist das großartig. Menschen sollten nicht so snobistisch sein und sagen, dass Beethoven großartig ist und Too Unlimited ist Müll. Das ist doch bescheuert. So einfach ist das nicht. Das wäre so, als würde man sagen, Filet Mignon ist toll, aber Bananen sind ein dummes Gewächs. Und das sehen sie nicht. Man braucht all diese verschiedenen Dinge und man sollte sie genießen. Und wenn du eine Woche lang nur Toast mit Marmelade essen willst, dann mach das.